Der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger ist nach seinem Alleingang gegen seinen Nachfolger Wolfgang Niersbach im Rahmen des UEFA-Kongresses scharf kritisiert worden. Zwanziger hatte bei der Ethikkommission der FIFA Niersbachs Vergütungsvereinbarung mit dem DFB angezweifelt und um Prüfung gebeten. Das FIFA-Gremium stellte allerdings keinerlei Unregelmäßigkeiten fest. Das Exekutivkomitee lehnt die Handlungen von Herrn Zwanziger in vollem Umfang ab. Es ist unverständlich und entbehrt jeglicher Grundlage. Er hat versucht, offensichtlich völlig chancenlos eine Klage einzureichen und das Image des DFB zu schädigen. Das ist für uns völlig unverständlich. Das kann von niemandem verstanden werden. Sein Verhalten ist peinlich für ihn und traurig für den deutschen Fußball. Zwanziger sitzt noch bis zum 29. Mai im FIFA Exco. Sein Nachfolger wird auch im Weltverband Wolfgang Niersbach sein. Der derzeitige DFB-Präsident wird auf dem UEFA-Kongress in Wien in die Regierung des Weltfußballs bestellt.